Hier haben wir die Bar. Abends auch wieder mit Showprogramm hier. Schön gemacht. Ganz toll. Matthias, vom ersten Eindruck her, wie gefällt es dir? Das Hotel hier gefällt mir richtig gut. Es ist auch super zentral. Das ist das Nachbarhotel hier vom Rio Bell Playa. Und ja, super schön. Und den Rest zeigen wir euch gleich. Und auch modern eingerichtet, finde ich, oder? Es ist ganz anders. Hier oben ist dann der DJ. Schön gemacht.